Hallo und willkommen zurück. Canonical hat sich für Ubuntu LTS Nutzer wieder etwas einfallen lassen, um auf Ubuntu Pro aufmerksam zu machen. Wer am Terminal das System aktualisiert, bekommt ständig eine Meldung, dass gewisse Pakete nur mit einem Ubuntu Pro Abo eingespielt werden können. Was du dagegen machen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Bereit? Dann lass uns loslegen. Wer Ubuntu LTS Systeme verwendet, setzt damit auf Langzeitpflege, Beständigkeit und Stabilität. Im Rahmen der Langzeitpflege erhält jede LTS Version 5 Jahre Langzeitpflege. Das Ganze lässt sich mit Ubuntu Pro sogar noch auf die Spitze treiben und somit auf insgesamt 12 Jahre ausdehnen. Das bedeutet, dass auf Wunsch eine Ubuntu LTS Version die gesamte Lebensdauer des PCs abdecken kann. Mit 12 Jahren könnte man das durchaus unterstellen. Klären wir doch zunächst mal die Begrifflichkeiten. LTS steht für Long Term Support, zu Deutsch Langzeitpflege. STS steht für Short Term Support, zu Deutsch Kurzzeitpflege. Das sind die Interimsversionen von Ubuntu, also alle Ubuntu-Ausgaben, die nicht mit 5 Jahren LTS Support kommen. ESM steht für Extended Security Maintenance, zu Deutsch Erweiterte Sicherheitspflege. Ubuntu Pro ist ein Abo-Dienst von Canonical für Ubuntu LTS Systeme. Snap ist das von Canonical entwickelte Software-Paketformat, ein Container-Format. Eine kleine Mathe-Aufgabe. Die 12 Jahre setzen sich aus 5 Jahren LTS und 7 Jahren ESM Support zusammen. Macht in total 12 Jahre. Ubuntu Pro lässt sich optional für LTS Systeme buchen. Um Ubuntu Pro zu nutzen, muss ein Account bzw. Konto bei Canonical erstellt werden. Kurzum muss ein Token generiert und importiert werden, sodass das System angemeldet wird. Snap ist dafür jetzt nicht zwingend nötig, aber bei Live-Patch gibt es eine kleine Einschränkung in der Form, dass die Benachrichtigung über anstehende Live-Patches in der Leiste dann nicht funktioniert, wenn man, so wie ich, Snap vom System löscht. Ubuntu Pro ist für bis zu 5 Instanzen kostenlos zu haben. Du kannst also zum Beispiel für deine gesamte Familie unter einem Konto bzw. einem Account 5 Rechner für Ubuntu Pro kostenlos anmelden und somit bis zu 12 Jahre Absicherung für die Systeme bekommen. Canonical hat eine interessante Lösung im Angebot. Ubuntu LTS in Verbindung mit Ubuntu Pro bietet sowohl dir als auch mir für unsere Rechner weitaus längere Unterstützungszeiträume, als es Microsoft für Windows oder Apple für macOS praktiziert. Ubuntu Pro leitet aber etwas an der Politik von Canonical. In der Vergangenheit traf Canonical Entscheidungen, die in der Linux- und Open-Source-Gemeinschaft kritisiert und abgelehnt wurden. Dieser Geschmack klingt irgendwie bis heute nach. Heißt, so ziemlich jede Idee oder jeder Vorstoß von Canonical wird zunächst Zurückhalten aufgenommen. Eher mal mit Zurückhaltung an die Sache herangehen, es könnte ja mehr dahinter stecken. So nach dem Credo also. Das scheint auch Canonical zu spüren. Und so wird Ubuntu Pro beworben, um die Kundschaft darauf aufmerksam zu machen. Ja und hier geht's schon los. Werbung im Linux-Umfeld, das geht nicht gut. Viele wechseln zu Linux, um eben nicht vom Hersteller mit Werbung für Zusatzabos oder sonstigen zugeballert zu werden. Aber sind wir ehrlich, zugeballert wird man jetzt hier bei Ubuntu bzw. mit der Werbung zu Ubuntu Pro jetzt nicht in dem Maß, wie man es von anderen Betriebssystemen kennt. Aber dennoch, es gibt Werbung. Ende 2023 gab es die erste Welle an Werbung für Ubuntu Pro. Ich hatte seinerzeit darüber berichtet und auch eine Lösung vorgestellt. Doch nun hat Canonical wieder eine neue Werbung am Start und sie scheint auch dieses Mal wieder auf dasselbe Maß an Ablehnung zu stoßen. Und wir schauen uns jetzt mal an, welche Optionen wir haben. Folgende 5 Lösungswege schauen wir uns jetzt mal konkret an. 1. Buchung eines Ubuntu Pro Abos 2. Stelle um auf Ubuntu STS 3. Wähle eine andere Distro 4. Lebe mit der Werbung 5. Schalte die Werbung einfach aus Buchung eines Ubuntu Pro Abos Diese Option solltest du nicht ausschließen. Ich habe Ubuntu Pro auch im Einsatz. Damit sichere ich nach bester Möglichkeit ein System ab, das einfach immer laufen soll und dessen Verfügbarkeit mir immens wichtig ist. Das System läuft übrigens ohne Snap und stattdessen mit der Alternative Flatpak. Wem also Ubuntu LTS sympathisch ist, der kann diese Option durchaus in Betracht ziehen. Wie das geht, hatte ich auch schon gezeigt. Der Link ist in der Beschreibung unten. Wer die Interimsversionen, also die STS-Versionen von Ubuntu verwendet, bekommt diese Meldung nicht angezeigt, da es sich um eine andere Zielgruppe handelt. Der Vorteil von STS ist, dass man immer auf dem neuesten Stand im Ubuntu-Kosmos ist. Der Nachteil ist, dass es vor allem kurz nach Veröffentlichung einer STS-Version nicht so ganz stabil sein kann, wie du es vielleicht von LTS-Versionen kennst. Kleinere Fehlerchen müssen dann zunächst gelöst werden. Das kann man etwas abmildern, indem man nicht sofort immer gleich nach Release auf die neueste Version geht, sondern vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Wochen Zeit lässt. Insgesamt hat man 3 Monate Zeit, immer weiter zu springen. Falls dich das interessiert, öffnest du bei deinem Ubuntu-System mal die Aktualisierung, beziehungsweise suchst hier nach Anwendungen und Aktualisierungen. Und dann klickst du auf den Reiter Aktualisierungen und wählst ganz unten bei Über neue Ubuntu-Versionen benachrichtigen, klickst du hier mal auf das Menü und wählst aus für jede neue Version. Danach musst du das Passwort eingeben und dann geht es auch schon los, dass er dir recht schnell sagen wird, eine neuere Version ist verfügbar. Zur Info, ich habe hier Ubuntu 22.04 LTS. Das ist die derzeit neueste LTS-Version. Die aktuellste STS-Version ist derzeit Ubuntu 23.10. Würde ich das jetzt umstellen, käme mir recht schnell das Upgrade auf 23.10. Nächster Punkt. Wähle eine andere Distro. Wenn du keinen Bock auf Werbung und keinen Bock auf Ubuntu hast, dann könnte eine andere Distro für dich die bessere Wahl sein. Hier bieten sich verschiedene Optionen an. Sagen wir mal Debian Stable oder LMDE sind jetzt nur zwei Optionen, die mir spontan einfallen. Es gibt aber auch unzählige andere Distros, die in den Startlöchern stehen. Falls du hier unsicher bist, wie du das anstellen sollst, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Linux Bootcamp Umsteigen in unter zwei Stunden. Da zeige ich alle nötigen Schritte auf Basis von Linux Mint. Wenn du also keine Lust mehr auf Ubuntu hast, dann rate ich dir zum Umstieg auf Linux Mint. Du nimmst alle Vorteile von Ubuntu mit und das, was manche als Nachteil von Ubuntu ansehen, ist da besser bzw. anders gelöst. Der Link zu meinem Kurs ist auch unten in der Beschreibung. Nächste Option. Lebe mit der Werbung. Der vermutlich schwächste Vorschlag für dich, am Status Quo festzuhalten, oder? Aber zumindest muss man diese Option mal auf den Tisch legen. Man muss sie ja nicht ziehen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der ist etwas konkreter. Schalten wir die Werbung einfach aus. Du möchtest die Werbung ausschalten? Kein Problem. Dazu benötigen wir aber das Terminal. Wir öffnen uns also ein Terminal. Und ich habe mir hier einen Spickzettel geschrieben. Du brauchst jetzt aber weder das Video anhalten, noch irgendwie hier das Zeug abtippen. Im Blogartikel sind alle Befehle drin. Da kannst du sie einfach rauskopieren und tust sie bei dir einfügen und ausführen. Also, kein Stress an der Stelle. Wir schauen uns zunächst mal die eigentliche Problematik an. Wir geben ein sudo apt-upgrade. Und wir sehen, aha, get more security updates through Ubuntu Pro with ESM Apps enabled. Dann kommt hier eine kleine Liste an Apps, die mir dann zum Aktualisieren angeboten werden. Hätte ich ein Ubuntu Pro Abonnement. Das habe ich aber nicht und ich möchte es auch nicht. Also, was ist das Problem? Ich bekomme jedes Mal, wenn ich im Terminal Updates einspiele, diese Meldung angezeigt. Das stößt einigen sauer auf. Und wir gehen jetzt an die Sache ran, indem wir das ausschalten bzw. ausknipsen. So, wir müssen in ein Verzeichnis uns begeben. Und zwar geben wir ein cd-etc-apt-apt-apt.conf.de In diesem Verzeichnis sind ein paar Files. Das sind Repository-Konfigurationen. Und wir kopieren uns jetzt das File, welches wir gleich überarbeiten oder verändern. Das kopieren wir uns jetzt erstmal als Sicherung weg. Also, geben wir ein sudo cp-p20apt-esm-hook.conf nach $home.downloads Und da legen wir das File als minus back, also backup, ab. Um sicherzugehen, dass das File auch tatsächlich da angekommen ist, wo wir es haben wollen, gucken wir nochmal schnell, ob es da ist. LL, jawoll, es ist da. Wir sehen, File ist da als minus bug. Alles gut. Im nächsten Schritt machen wir ein truncate auf diese Datei. Also, sudo truncate-s020apt-esm-hook.conf Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Datei quasi geleert. Um das zu prüfen, geben wir einmal ein cat und dann diese Datei. Und wenn was drin wäre, würde das angezeigt werden. Und da nichts kommt, ist die Datei leer. Sudo apt-upgrade. Jetzt schauen wir mal, was wir erreicht haben. Und wir sehen, tata, die ESM-Werbung ist weg. Es könnte aber sein, dass sich Canonical in der Zukunft wieder was Neues einfallen lässt und wir dann diesen Schritt entweder nochmal wiederholen müssen oder dann eine neue Lösung zu finden sein wird. Und die muss ich halt dann wieder vorstellen. Kein Thema, das mache ich dann auch gerne. Ich finde die Idee hinter Ubuntu Pro gut und nutze es. Ich finde es aber schade, dass auf der anderen Seite eine Art Zweiklassengesellschaft entsteht, die mit normalem LTS-Support bekommen weniger Aktualisierungen als die mit Ubuntu Pro. Das finde ich nicht ideal. Auf der anderen Seite fliegt Canonical im Rahmen von Ubuntu Pro über 23.000 weitere Pakete, die in der Universe-Paketquelle schlummern. Das ist für Ubuntu LTS-Anwender eine Verbesserung, aber keine optimale Situation. Es wäre jetzt aber falsch, Ubuntu dafür wieder zu diskreditieren oder zu kritisieren. Die Übernahme der Pflege von Universe ist ein positives Signal und verbessert die Situation wie erwähnt. Dass die Multiverse-Paketquelle weiterhin im ungeklärten Zustand ist, was die Zuständigkeit anbetrifft, ist weiterhin, sagen wir mal, ein bitterer Beigeschmack. Aber das ist jetzt nichts Neues. Bei anderen Distros ist das übrigens auch nicht zwingend anders. Debian zum Beispiel bietet im Stable-Zweig für Pakete aus Main die Security-Patches an. Wer Pakete aus Contrib und Non-Free im Einsatz hat, soll es sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Meines Wissens nach gibt das Debian Security-Team nur garantierte Updates für Pakete aus Main heraus. Also ist die Situation bei Debian jetzt nicht zwingend signifikant anders als bei Ubuntu LTS. Also gänzlich schlecht finde ich den Ubuntu Pro-Ansatz nicht. Die Werbung dafür halte ich jedoch für den völlig falschen Weg. Canonical wird damit vermutlich an der Zielgruppe vorbei agieren. Wer Linux nutzt, reagiert offensichtlich etwas sensibler und negativ auf solche Nachrichten. Hier sollte also das Werbeformat geändert werden. Und sollte jemand von Canonical hier mal zuschauen, probiert das doch einfach mal mit einer guten Social Media Kampagne aus, statt die Nutzer im Terminal damit zu nerven. Wie stehst du zu Ubuntu Pro? Findest du das gut oder schlecht? Denkst du, dass da eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Ubuntu LTS Nutzer entsteht? Schreib das doch mal in die Kommentare rein. Falls das Video für dich hilfreich war, dann vergiss bitte nicht ein Kanalabo dazulassen, den Daumen und die Glocke zu drücken. Ich bedanke mich bei allen YouTube Membership Unterstützern. Damit kannst du mein Projekt direkt unterstützen und als kleines Goodie gibt es früheren Zugriff auf meine Videos. Falls du meine Arbeit also honorieren magst, ist das eine Gelegenheit. Ich sag schon mal ein fettes Danke. Bei dir bedanke ich mich für die freundliche Aufmerksamkeit. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Ciao! Bis zum nächsten Mal.